Das kann gut sein, dass wir die Impfung wiederholen müssen im nächsten Winter oder in einem Jahr. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber das kann gut sein, weil nach der Corona-Infektion und nach der Impfung zwar ein Impfschutz da ist, aber der wahrscheinlich nicht sehr, sehr lange anhält. Untertitelung des ZDF für funk, 2017